Diese Vielfalt widerspiegelt ja die Gesellschaft komplett wieder. Und da ist es so, aus meiner Warte sind wir da sehr, sehr weit. Und wir haben ja auch gerade gehört, 2300 Unternehmen haben sich dieser Karte angeschlossen. Und man ist erstmal davon ausgegangen, überhaupt 200 zu schaffen. Also da kann man eine sehr, sehr positive Bilanz ziehen. Bei Behinderung ist es immer so, dass Behinderung mit sehr, sehr viel Vorurteilen verbunden ist. Und da sehe ich mich im Fokus und auch viele andere Sportler, die eine Behinderung haben, diese Vorurteile abzubauen. Und der Gesellschaft einfach zu vermitteln, dass Behinderung nicht gleich heißt, man kann nichts mehr machen, sondern man kann was erreichen mit sehr, sehr viel Eigenmotivation und Ausblick nach vorne, mit Zielen. Und dazu kann ich nur sagen, ja, Leute, macht was draus. Und dazu kann ich nur sagen, ja, Leute, macht was draus. Ich bin defund.